Musik Wunderschönen guten Abend, wunderschönen Freitagabend, meine Damen und Herren. Der Freitagabend ist ein schöner Abend. Der Freitagabend war in meiner Kindheit schon ein sehr wichtiger Abend, weil am Freitagabend habe ich mich geflüchtet in die virtuelle Welt. Das war halt Ende der 70er, Bayern 1. Und was lief am Freitagabend auf Bayern 1? Wer weiß es noch, er möge die rechte Hand heben, aber nicht so wie früher. Gut, ich helfe Ihnen da drauf. Es war das Telefonwunschkonzert, ja genau, mit den großartigen Radiomoderationsmenschen Ruth Kappelsberger und Klaus Hafenstein. Und wenn man da ein paar Wochen, wie ich als Kind, war da immer dabei. Und wenn man da ein paar Wochen dabei war, hat man gemerkt, dass doch immer wieder dieselben anrufen. Und einer hat immer angerufen, und zwar der Bernhard aus der Oberpfalz. Der hat immer angerufen, hat gesagt, ja grüß dich Ruth, grüß dich Klaus, da ist der Bernhard. Und dann hat er einen Satz gesagt, den werde ich bis an mein Lebensende nimmer vergessen. Und zwar hat er gesagt, How's is an Country-Dow? How's is an Country-Dow? Ebs von Johnny Cash. Weil die Frau und ich, wir haben jetzt einen Square-Dance-Kurs gemacht. Das war ja so Ende der 70er, hat jeder, der sich am Landereienhaus gekauft hat, gleichzeitig einen Square-Dance-Kurs gemacht. Und dann hat die Ruth Kappelsberger gesagt, ja Bernhard, da schicken wir gleich unseren Musikredakteur ins Keller-Archiv. Und kaum hatte sie ausgeatmet, war er auch schon wieder da, der Musikredakteur. Und dann habe ich mit neun Jahren mit meinem Ohr am Radio, habe ich das erste Mal Country gehört. Das erste Mal Johnny Cash. Und das hat sie für mich mit neun ungefähr so angehört. Das erste Mal Johnny Cash. Ja, das Einzige, was ich verstanden habe, war Jackson Town. Ich wusste aber nicht, dass das eine Stadt ist. Ich wusste eigentlich überhaupt noch nicht, was eine Stadt ist. Und dann hat immer eine Urgriffe, Bruno aus Leverkusen. Der hat immer eine Urgriffe gesagt, hallo, hier ist der Bruno, hallo Rot, hallo Klaus. Ich war dieses Jahr mit meiner Frau Brigitte wieder in Bayern auf Urlaub. Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat sie mindestens genauso in meinen Kopf gebrannt. Und zwar hat er gesagt, ihr seid doch ein bayerischer Sender, habt ihr nicht was bohrisches da. Und dann habe ich mit neun oder zehn Jahren in meinem Leben mit meinem Ohr am Radio das erste Mal was bohrisches gehört. Und das hat sich für mich mit neun ungefähr so angehört. Ja, manchmal kommt es mir so vor. Als bestand meine ganze Kindheit eigentlich musikalisch aus der Mischung von Riding down the wrist around, ringing down the road. Riding down the wrist around, ringing down the road. Ach, die Übte, ohrleit, 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 ohrleit. Und Schuld hat nur die Leit. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.